Klasse, da sind wir wieder im nächsten Teil. Wir können also jetzt tatsächlich, fassen wir nochmal zusammen, aus irgendeinem Wert, den wir aus der Zwischenablage bekommen, tatsächlich einen Netto-Preis berechnen. Prima, wir müssen es jetzt nur schaffen, das Ergebnis in die App zu bekommen, aus der wir das eigentlich kopiert haben. So, und wir gucken mal hier auf dieses Auge. Wenn wir da draufklicken, dann öffnet sich hier so ein Texteditor und dort kann ich das markieren und mit Command-C könnte ich es jetzt kopieren. Wechsel rüber mit Command-Tab in den geöffneten Texteditor, dort ist die 500 noch markiert und sag jetzt Command-V und dann entsteht das Ergebnis da. So kriege ich es zumindest schon mal rüber in die App, aber ist ja unpraktisch. Command-Z, wir wollen es ja, dass es dort überschrieben wird. Also wir gehen nochmal zurück in die Kurzbefehle. Dieses Fenster hier schließen wir und wir müssen schauen, ob wir nicht eine Aktion finden, die den markierten Text in Textedit, also die 500, überschreibt. So, und wir schauen mal, ob wir sowas finden. Wir klicken hier oben mal auf Text. Wir wollen ja irgendwas mit diesem Text machen und hier steht Text ersetzen. Wir klicken da mal drauf und schauen mal, ersetzt Text, der an die Aktion übergeben wird. Also hier wird irgendwas von der vorherigen Aktion an diese neue Aktion übergeben und dort wird es durch einen anderen Text ersetzt. Na, das ist nicht wirklich, was wir haben wollen. Da könnten wir zwar aus dem Wort Haus das Wort Häuschen machen, aber wir wollen den Text ja nicht ersetzen. Sondern wir wollen, dass das Ganze hier jetzt aufhört zu berechnen und ja quasi das Programm beendet wird und dann den Text eben irgendwie wieder zurückgibt an diese App. Ja, also das passt hier nicht ganz. Wir gucken mal, ob wir hier vielleicht was finden, was hier eher dazu passt. Wir haben es fast auch schon gesagt, was wir noch nicht gemacht haben, ist das Programm zu stoppen. Das stoppt zwar mit der letzten Aktion, aber wir müssen das hier an der Stelle besser definieren. Und wir tippen jetzt oben mal Stoppen ein. Und hier steht Stoppen und Ausgeben. Schauen wir mal, was drauf steht. Stoppt die Ausführung des aktuellen Kurzbefehls und gibt einen Inhalt aus. Diese Aktion ist hilfreich, wenn ein Kurzbefehl von einem anderen Kurzbefehl ausgeführt wird oder ein Kurzbefehl über die Schnellaktion im Finder ausgewählt wird, über Codienste oder ein Kurzbefehl an einem Ort ausgeführt wird, der die Ausgabe unterstützt, etwa die Befehlseingabe der UL und so weiter und so fort. Auf guter Fall steht hier überhaupt nichts. Und dann kommt man jetzt eben so an eine Stelle, wo man denkt, na also jetzt kurz mal Stopp. Woher sollte ich das denn jetzt wissen? Wie sollte ich denn jetzt wissen, dass ich nicht den Text da ausgeben muss und mit der Textfunktion was machen soll, sondern plötzlich Stoppen eingeben soll? Wie soll ich darauf kommen, dass es einen Stoppbefehl überhaupt gibt? Das weiß ich ja gar nicht. Und was soll mir das Ganze jetzt hier sagen, was dort erklärt wird? Also wie komme ich denn selber an solche Informationen? Das ist leider das kleine Problem, dass man das tatsächlich sich ja ergoogeln muss, sage ich mal. Also wenn man bestimmte Probleme hat, dann guckt man mal nach, wie lösen das andere? Ja, es gibt leider im Moment, ich habe sie nicht gefunden, die Dokumentation von Apple zu diesen ganzen Kurzbefehlen, die sie zur Verfügung stellen. Also bleibt uns nur das Know-how, was ich euch jetzt hier im Kurs vermittle, dass wir das einfach lernen, dass es solche Befehle gibt. Oder wir müssen googeln und nachgucken oder wir gucken mal in der Galerie, die wir haben, bei den anderen Programmierern, wie machen die das denn? Aber tatsächlich ist das die Hürde, die man hat, wenn man in die Kurzbefehle einsteigt, dass man das überhaupt nicht weiß, was man da als nächste Aktion sucht. Und das dämpft manchmal ganz schön die Motivation, wenn man selber die Kurzbefehle machen möchte. In der Regel macht ihr nämlich das nach, was ich euch jetzt hier zeige. Das klappt ja dann auch, weil ich es ja auch hier mit euch zusammen mache. Aber wenn ihr dann anfangt, etwas selbst zu machen, dann klappt es meistens nicht. Und mir geht es genauso. Ich versuche dann auch Dinge mit so ein bisschen Wissen von ein paar Funktionen hinzubekommen. Und es klappt nicht. Und es klappt manchmal nicht, weil diese Kurzbefehle-App tatsächlich noch ein paar Fehler hat. Meiner Meinung nach zumindest, also ein bisschen was ist unlogisch. Manchmal kommen Fehlermeldungen, die kommen, wenn ich das Programm dreimal aufrufe, ständig. Und beim vierten Mal, wenn ich die Routine aufrufe, läuft es plötzlich. Also offenbar ist da noch ein kleiner Fehler drin. Das ist natürlich blöd, weil das macht es natürlich noch doppelt so schwierig und demotiviert noch mehr. Und zum anderen klappen manche Dinge, die ich mir logisch irgendwie erarbeite aus den Befehlen. Und vieles lese ich mir dann durch auch nicht. Kurzum, an der Stelle kann es sein, dass ihr die Motivation verliert. Und das darf nicht passieren. Wir müssen da jetzt konsequent durch. Erstmal zeige ich euch jetzt viele eigene Routinen. Und es ist tatsächlich so, während ich diese Serie hier produziere, muss ich mir wieder was Neues beibringen, um die Serie fortführen zu können. Es fehlen mir auch noch sehr viele Kenntnisse über diese Kurzbefehle. Und damit wir Teil 7, 8, 9, 10 und so weiter auch noch mit Inhalt füllen können, schaue ich immer, was geht denn? Und versuche euch so viel wie möglich jetzt hier in diesem Kurs zu erklären. Also, gebt nicht auf, auch wenn das am Anfang ein wenig schwierig ist. Aber das Gleiche hat man beim Programmieren. Ja, da kennt man die Routinen, die uns das Betriebssystem zur Verfügung steht, auch nicht. Wie soll ich eine 3D-Grafik auf dem Bildschirm plötzlich zeigen? Was ist dafür notwendig? Da muss man sich dann reinlesen, reinfuchsen, reinarbeiten. Das machen wir hier. Deswegen ist die Serie da. Wir nennen es ja Kurzbefehle der Einsteigerkurs. Ich bringe euch das bei, dass das geht. Und Stoppen und Ausgeben ist an der Stelle tatsächlich der richtige Befehl. Den schieben wir uns jetzt hier quasi zwischen. Und ihr seht, die Ausgabe verschwindet. Und wir gucken mal, was jetzt diese Routine gemacht hat. Denn die ist klug, die hat ein paar Sachen gemacht. Also erst einmal stoppt die an dieser Stelle hier das Programm. Die Berechnung hat ja auch stattgefunden, das war's. Das Ergebnis der Berechnung, das ist nämlich das, was aus dem Kasten kommt. Wenn wir den Wert aus der Zwischenablage durch 1,19 teilen, kommt ja ein Ergebnis raus. Und dieses Ergebnis dieser Berechnung steht jetzt hier. Und das wird ausgegeben. Okay. Aber wohin? Und das ist tatsächlich die Eigenart dieser Funktion und dieser Aktion an das Programm, wo es herkam. So, und das machen wir jetzt mal. Also, wir gehen jetzt mal zurück hier hin in den Texteditor. Drücken Command C. Dann gehen wir hier hin. Drücken Play. Und jetzt wird es schon wieder hier ausgegeben. Wir gehen nochmal zurück. Ist es hier geändert? Nein, es ist hier nicht geändert. Klappt nicht. Und da ist der Frust. Warum geht's nicht? Warum geht's nicht, obwohl es der richtige Befehl ist? Und das müssen wir uns im nächsten Teil unbedingt anschauen.